Wusstet ihr schon, dass man im Durchschnitt zwischen Weihnachten und Neujahr nicht mehrere Kilogramm, sondern nur 370 Gramm zunimmt? Das zusätzliche Gewicht hält sich jedoch ziemlich hartnäckig und wird von den meisten Menschen nicht mehr abgenommen. Generell gilt, man nimmt eigentlich nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.